Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Parts der Iplitpixels. So, jetzt erstmal wieder kurz in die Steuerung reinschauen, weil ich hab jetzt wieder Walschnitt gespielt und... Ah, kurz. Ich krieg's kurz, wenn ich das hier sehe. Aber jetzt fällt mir gerade wieder ein, was denn hier so gerade alles passiert war beim letzten Mal. Und wie es so gelaufen ist, äh, ja, und es hat mir ja auch wieder eingefallen, dass ich ja vorhatte, hier so ein bisschen Offscreen... Na, super. Fängt doch wieder gut an. Ein bisschen Offscreen rumzutesten, äh, ja. Na, wie gesagt, wenn die Faulheit siegt, ne? So, ja, halt's Maul. So, den dahinter. So. Joa. Kann ich hier speichern? Schade. Wäre eigentlich geil gewesen. Aber wurscht, man kann nicht alles haben. Gut. Ach, das funktioniert wieder nicht. Scheiße. Probe ich jetzt nochmal. Aber ich hab mir gerade eine Strategie überlegt. Ach. Der nervt. Kannst mich mal gerne haben. Du auch. So, Böhmchen dahinter. So. Mal gucken. Ob das jetzt hier was wird. Ich hab dich erstmal weghauen. So. So. Jetzt warten wir hier einfach mal am Menschen. Nein, verdammt. Okay, nochmal. Also, ihr habt schon gesehen, was ich vorhatte. Oh, jetzt funktioniert das mit dem Sprung hier nicht mehr. Und zwar einmal die ganzen Dinger rüberkommen lassen. Und dann habe ich ja Zeit, bis die zurückgehen und wieder zurück, äh, vorkommen. Ja, komm. So funktioniert das. Äh, ja, gerade mache ich es irgendwie ein bisschen falsch. Ja. Okay. Jetzt aber, komm. Komm, meine feine Dame. Ja, du hältst dich mal schön da raus. Auf den sollte ich vielleicht auch so ein bisschen achten, dass der nicht, dass mir nicht im Weg rum spinnt, der Wichser. Äh, ja. Ach so, ja, da kann ich nicht weichern, weil da natürlich eine Kreissäge drunter ist, äh, drin ist. Ja, überall wo sich was bewegt. So, tschüss. So. Ja, warten wir halt mal, Menschen. Oh, war ja. So. Jetzt müsste das hier auch wunderbar funktionieren. So. Und ich kriege hier... Wird hier echt der Speicherpunkt verwert, ne? Ist das fies. Wetten, dass ich hier jetzt verrecke... Oh, ne? Ich muss da nochmal runter. Wurde die Kreissägen nach oben kommen. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, Mann. Das ist doch wohl ein Witz. So. Ich muss mir das hier nochmal genauer angucken. So. Erstmal hier... das da auf. Das da auf. So. Den... Oh, Mann. Kannst du nicht einfach hochspringen, wenn ich das möchte? Oh, ja. Klasse, ne? Klasse, ne? Klasse. So. Ich probiere es aber nochmal weiter. Also, so leicht lasse ich mich hier nicht... Äh, gebe ich nicht auf. Oh, komm. Scheiß drauf. Ähm. So, jetzt glaub ich es auch wieder mit dem Sprung. So, erstmal den da wegschubsen. Und hier. Oh. Warum hab ich jetzt in die falsche Richtung gestanden? Also, echt hier. Klasse, ne? Wunderprächtig. Warum kommen diese Mistviecher eigentlich immer anders? Also, beim ersten Versuch eben ist es ganz anders gekommen. Und das Mistviech. Also, diese kleinen Mistmesserviecher. Könnt ihr euch jetzt mal chillen hier? Wäre echt nice. Und nicht so viel Stress machen hier. Also, Hawaii ist es aber echt... Nein, verdammt! Also, Hawaii funktioniert es wieder gerade überhaupt nicht mehr so an, nicht wie es soll. Ja, und ich gucke immer noch nicht nach dem. Es ist einfach, äh, wenn ich habe pures Glück. Wenn ich, äh, wenn der auf der anderen Seite steht und mir nicht im Weg rumsteht. So. So. So, was... Was ist denn da bitte? Aha. Aha. Das heißt, ich muss es schaffen. Das ist doch nicht zu schaffen. Das ist doch... Das ist doch nicht zu schaffen. Ich komme doch da jetzt nie und nimmer wieder runter. Und nochmal hoch. Ja. Ja. Ne. Komme ich auch nicht. Äh, ja. Das heißt, ich muss da noch schnell genug hochkommen? Wie zum Geier soll ich das denn schaffen? Ich komme doch nie und nimmer hoch. Kann man vergessen. Ähm. Kann man vergessen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Oh, come on. Mhm. Ja, jetzt ist der natürlich auch wieder im Weg. So. Verpisst euch. Alle beide. So, ich werde es hier nochmal probieren. Oh. Wenn es mal wieder länger dauert, ne? Warum muss dieses Mistvieh eigentlich immer mich nerven? Immer stören? Das hat sonst nichts zu tun, ne? So. Du haust erstmal ab. Und. Ich verstehe es nicht. Ich komme mir nicht mal annähernd in die Regionen da oben hin, dass ich, äh, da durchkommen könnte. Ja, nö, ähm. Da spiele ich jetzt erstmal nicht mehr weiter. Das probiere ich jetzt einmal kurz, äh, aufscreen, ob ich da es in irgendeiner Weise, Art und Weise, schaffe oder auch nicht, äh. Es muss doch möglich sein, verdammt. Kann's ja wohl nicht sein. Äh, soll ich es nochmal probieren? Nein, letztes Mal noch. Oh, come on. So, und du hast mal weg und weg hier. Oh. Ja. Funktioniert gerade. Oh. Mal wieder überhaupt nicht so, wie ich es... Kasten, Kasten, Kasten richtig bedienen ist auch etwas, was ich nicht so ganz... Ah, fick dich doch, du, Mist, kleines Drecksviech. Ja, hab ich nur noch ein Herzchen, ne? Das ist auch... Ach, Kinder. Das darf nicht wahr sein. Ich kriege das doch wohl nicht hin. So, jetzt aber schnell. Kann man den auch irgendwie so... Nein! Ey, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Wenn ich hier nur schnell genug runterkomme, könnte es auf diese Art und Weise doch noch hinkriegen. Hm. Hm. Doch, wir probieren es nochmal. Auf jeden Fall. Nicht groß aufhalten lassen von gar nichts. Und einfach nur schnell machen. So. Nein, warum... Verdammt nochmal. Jetzt funktioniert es hier wieder mal nicht mit diesem Messerviech, ne? Das mich natürlich hier wieder runterschlupst. Nooo. Nooo. So, wir warten natürlich jetzt hier auf die Kreissägen, dass sie schön das machen, was ich möchte. So, ab nach oben. Den da weg und nach unten. Ich hätte es beinahe, hätte ich es hingekriegt. Ich darf da nicht so viel Zeit verlieren. Ach, come on. Ich bin jetzt nicht von den Sägen, die von unten kamen, platt gemacht worden. Dass der mir wieder im Weg steht. Jetzt ist es eigentlich blöd. Die müssen wir ja gleich doppelt im Weg stehen, ne? Das hatte ich auch noch nicht. Ach, come on. Ich, äh... Gebe es gleich auf. Wenn ich da runterfalle, so blöd. Bei irgendeinem gleichen... Scheiß, äh... Schwertschwinger... Äh... Ja, keine Ahnung. Wie sie genau heißen. Swerd, EMP oder Imp oder wie auch immer. Irgendwas habe ich da immer gelesen. Na, das war wieder... Gut, dass der auf der Seite steht. Dann. Och, komm. Du musst mich jetzt hier treffen, ne? Wichs. Wichs. Ach. Ach, du bist ja immer noch da. Gibt's doch nicht. Ach ja, komm. Ich springe mal nicht... ...in die Reißsägen. Ich habe mich jetzt gerade wieder zu oft versprungen. So. Nochmal. So, der ist mir schon mal aus dem Weg. So. Bombe weg. Was war das hier für dummer, kleiner Sprung eben? So, das Bombenfies, das ist jetzt weg. Äh, Bombenfies. Schwertfies, meine ich natürlich. So, jetzt mal kurz, äh... Ausruhen. Während wir die Reißsägen hier abwarten. Alter, man kommt aber auch... Irgendwie... Nein! Nein, verdammt. Och, ich muss auch noch in die richtige Richtung stehen mit diesem Schalter. Och, leck mich. Und dann da wieder hochkommen, ne? Das ist... Boah. Boah. Könnte ich kotzen. So, mal gucken, ob mich dieses Schwertschwinger-Ding... ...diesmal nicht so arg ärgert. Wie die ganze Zeit schon wieder. Warum, verdammt, noch mal? Ich komme doch jedes Mal da so dumm runter, Mann. Das ist doch nicht was, Heun. Und wieder nur noch ein Herzchen übrig. Das wäre eigentlich viel besser, wenn man da was mehr übrig hätte. Es wäre noch viel geiler, wenn man es schaffen würde, da hochzukommen, während die Reißsägen auf einen zu marschieren, ne? Und nicht erst, äh... Wenn sie auch mal dann wegmarschieren, erst. Jetzt hat man ja quasi alle Zeit der Welt. Ja, das war so klar. Weil ich mich erst mal orientieren musste. So eine Wichse. Okay, ich habe mich jetzt übrigens entschieden, den Part hier erst zu beenden, wenn ich hier durch bin. Und dann auch, äh... Ja, quasi sofort. So. Halt's Maul und mach bumm. Ach, ja. Das war übrigens Absicht gerade. Habe ich mir gedacht, das macht jetzt schon keinen Sinn mehr, wo ich da an dieser Stelle schon wieder so lange rumkrebsse, ja? So, Bombe. Also bis hierhin komme ich eigentlich immer ganz gut, ne? Alter. So. So. Ja, ich muss sagen, es hat ganz gut geklappt jetzt hier an der Stelle. So. Mhm. So. 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 Leck mich am Arsch. Aber ich bin hier noch nicht durch. Oh Gott. Nein! Nein! Verdammte Scheiße! Oh nein, da wäre der Levelausgang. Da wäre der Levelausgang. Nein! Zum Ficken. Zum Ficken ist das. Meine Fresse, wusste ich gar nicht, dass ich hier schon so nah am Ende dieses Levels bin. Dieses Kapitels. Ah, jetzt habe ich den natürlich wieder... Ach, komm. Das ist das. So. Warum? Zum Teufel läuft der jetzt so blöd an der Stelle rum. Na, ich warte jetzt schön brav, bis der dahinter läuft. Ich brauch den nicht. Meine Fresse. Das ist ja echt... Die Fiesheit schlechthin hier. So. Und da ist man kaum vorbei an der Stelle, geht's genauso weiter, ne? Das heißt, ich muss gucken, dass ich an diesen scheiß... Typ hier vorbeikomme. Nein, ich... Ich muss noch mal da runterfallen und komme nicht mehr gescheit da hoch, ne? Na, ich kann's eigentlich schon vergessen. Komm. So. So, du machst mal schön langsam. Chills. Ja, komm. Weg mit euch. Ich komm immer mal komplett hoch, mal nicht, ne? So. Komm. So, wir raten natürlich wieder auf diese ganzen Sägen. Und bewegen uns jetzt hier langsam, aber sicher. Nach oben. Ach ja, komm. Oh, das musste doch nicht sein. Das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Ich möchte... Kotzen. So. Wird übrigens hier ein... Ja. Ein super langer Part. Weil ich, äh... Gebe es natürlich nicht auf, bis ich das hier geschafft hab. Das muss man... Och, nö. Musst du eigentlich die ganze Zeit da drüber laufen? Das kostet mich jetzt nur noch mehr Zeit. Weil ich nämlich auf dich warten muss. Äh, müssen muss ich das nicht, aber ich will es. Dann hab ich nämlich mit dir nix zu tun. Ich will nämlich mit dir nix zu tun haben. Und hässlich bist du auch. So, wäre das auch mal gesagt. So, jetzt hab ich's mal wieder geschafft, äh, mit, äh, am Stück hochzukommen. Oh, warum? Du hättest auf der Plattform landen sollen, Mädchen. So, das schaff ich doch jetzt schon wieder bestimmt nimmer, weil ich da noch einmal runtergesprungen, gefallen bin. Da hat er auf die Plattform nochmal hoch musste. So. Ah, so, wir sind wieder oben. Ach, man, dieses Segel. Hättet ihr mich jetzt nicht einfach mal schonen können? Mann, wenn ich die ganze Zeit an dieser scheiß Stelle hier verrecke, dann wird das auch nix. So. Och. Ja, der Schwertwinger, tatsächlich mal, wird nicht mehr bei mir vorbeischauen jetzt hier. Wie ich das hasse, wenn ich diese scheiß Plattform verpasse. So, so, um so ein kleines Stückchen, ne, verpasse ich diese Plattform und fall dann weiter nach unten. Das hat mir schon öfter mal auch das Leben gekostet, ne. Och, weil ich nicht ganz dran stehe. Ah. Das war so klar. Ich laufe immer wieder auch drüber hinaus oder so, ne. Haare raufen. Das war mal was anderes gesagt, als kotzen. Ich hab schon genug gekotzt. So. Das muss doch jetzt mal klappen. So, ganz, ganz einfach. Gut. Dann heißt es jetzt wieder ein wenig chillen. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht speichern kann. Dann brauchst du mir jetzt nicht die ganze Zeit zu sagen. Laufen wir hier mal so ein bisschen. Damit ich hier nicht dauernd dieses Geräusch hören muss, von wegen, dass ich hier nicht speichern kann. Weiß ich nämlich. Oh man, immer dieses nochmal abrutschen und so. Tschüss. Tschüss. Ich hab's geschafft. Scheibenleister. Ich hab nur 83 von 84. Dafür hab ich mir hier den Arsch aufgerissen, diese ganzen Gegner zu kriegen. Und kriegst du doch nicht alle. Wo zum Geier hat mir ein Gegner hier gefehlt. Das frage ich mich. Naja, egal. Würde ich sagen. Ähm. Ja. Das war klar. Diese Errungenschaft haben wir gekriegt. Es ist so schlimm. Chapter 2. Ähm. Ähm. Ich mach mal grad noch ein Bildchen. für meinen Tump-Neil. Und schauen wir uns nochmal hier kurz um. Na. Oder die Waldfee. Ich frag mich, wie man an diese Seite hier kommen soll. Oder wie es hier überhaupt weitergeht. Aber werden wir dann im nächsten Part sehen. Macht's gut. Und ciao.